hallo und herzlich willkommen zu super mario brothers wir sind hier in welt 5 und hab erst bei der letzten aufnahme gecheckt werden ja am anfang so mitten im part wie wir uns 12 leben und haben übel verkackt sogar bis zum game over mit dieser hitze oder fünf jetzt bin ich wieder gerade gestorben nein da nicht ja ja ich musste irgendwie ich habe ich habe wieder neues display angefangen ich versuche es gerade ein bisschen ordentlich hier ich hasse solche level verloren aus calling level auch noch ich muss mich gerade konzentrieren übels ich wollte eigentlich kann irgendwas sagen und das spare ich mir jetzt verdammte scheiße leck mich am arsch nein nein du störst die sorge ich muss mich gerade konzentrieren das geht gar nicht ich wollte ich wollte jetzt kann man was sagen aber ich muss mich jetzt gerade übelst konzentrieren wir steuern jetzt gerade auf dem over zu aus mir gerade übelst egal man ich mag das nicht zockt das mal auf dem emulator komm her zur richtigen stelle ok 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 am besten hier gleich haben wir schnell hier vor rennen wegen wieso nicht wie es scheiße steuern sowieso wieder auf dem game over zu ich sage nichts ich sag nichts ich sag nichts ok gott verdammt ok 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 kommt zu mir kommt zu mir bitte bitte danke doch auch nicht leggt mich springen ich mag diese notenblöcke nicht genauso wie ich tromboline mach so okay so ein an dem kann ich nicht kaputt machen und und falls ja man Denn man braucht ja sowieso zum Springen und so, ne? Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt schon vorher tot, ey, weil ich irgendeine Scheiße gemacht habe. Mhm. 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 Ach so, wenn man alles so groß ist, kriegt man alles so... Ey, wenn ich das Level da jetzt nicht schaffe, ey. Ey, ne. Dann, keine Ahnung, werde ich auch mal was Verrücktes machen. Nein, gehen wir aus dem Weg. Lass mich in Ruhe, ich mag diese Viecher nicht. Haben wir es geschafft? Haben wir es jetzt? Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh ja. Nein, scheiß Lakitu, weg da. Boah. Okay. Jetzt haben wir es wenigstens geschafft. Jetzt haben wir es wenigstens geschafft, bevor wir Game Over gegangen sind. Hahaha. Ähm, ich benutze ja jetzt, was ich jetzt endlich sagen kann. Okay, was jetzt eigentlich nicht mehr dazu gehört, aber so beim drüber nachdenken, grad während beim Aufnehmen, so drüber nachgedacht, das könnte ich eigentlich sagen. Und zwar, kann ich jetzt einstellen, damit ich nicht die ganze Zeit so hier machen muss, wegen Zeit gucken und so, kann ich jetzt einstellen, wo die Zeit hin soll. Irgendwie oben, 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 links, rechts, unten, unten, links, rechts, was weiß ich wohin. Da muss ich nicht die ganze Zeit immer einen auf den hier machen. Wow, das war fast ein Treffer. Da kann ich dann immer gucken hier, ja, äh, so und so lange aufgenommen. Ähm, das ist viel praktischer. Lass mich in Ruhe, ey, ich hasse den, Lakito. Äh, 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 okay. Ähm, auch noch. Ja. War das doch ein Treffer? Äh, äh, äh,えー, äh, äh, äh. Geh in die Röhre rein. Ja, okay, mache hin, mach hin, mach hin. nein nein was war das für eine asoziale scheiße nein ich will es nicht leichter machen was was soll verdammt ich gehe noch mal in das andere tothaus aber es macht man das macht man nämlich kurz schnell irgendwas ich krieg auch zweimal feuerblumen normal wird okay bringt zwar nicht besonders viel benutzt egal wir gehen noch mal ich ahne schon wieder ich ahne schon wieder dass wir sowas wieder von game over ging ich bin einfach zu doof entweder kann ich den emulator nicht richtig irgendwie zocken oder keine ahnung wo das mich anruhe das sind ja nur kreuz drin ja geh weg du fake blog okay ich habe es euch gesagt im letzten oder vorletzten part ich hasse also nur die nur welt fünf immer da hier im himmel ist und so auf den wolken wenn man hier unten auf dem grund ist dann ist alles ganz okay aber ich kann den rest irgendwie nicht aber ich da sogar damals privat irgendwie gibt es das heißt damals weil es so alt wird jetzt auch wieder nicht ja natürlich verpiss dich lasst mich doch alle ruhe und vermassel ist nicht und ich habe schon mal was soll das wirst du was ich mache es jetzt anders einmal so ich werde jetzt einfach durch rennen ja power oder so ähnlich das was gebracht hat habe ich auch keine ahnung ja natürlich wird noch mal klein wieso auch nicht ja kommt natürlich gerade geflogen ist klar natürlich Alter wir haben schon wir haben fast zehn minuten vorbei geben was heißt was ist gerade mal die neun die minute vorbei aber trotzdem fast zehn minuten vorbei eben wie im erst das ist ja mehr ist ein level geschafft wie erbärmlich wie erbärmlich komm weg da wow das war glück wieso ist das ein treffer ich verstehe es nicht jetzt geh doch mal ins ziel bitte gut ausgewichen rennen aber geh ins ziel diesmal danke 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 okay 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 hoffentlich wird die burg nicht so asozial vielleicht bin ich auch nur zu dämlich oder so und sterben nicht sterben okay die hast du schon mal geschafft logik oder so es gibt auch oben lava natürlich ich werde nicht ausrasten das bringt es nämlich nicht wir haben nur noch ein leben und wir gehen gleich wieder game over bestimmt sogar jetzt hier schon oder okay doch nicht okay sind doch nicht so doof dazu ja ich warte jetzt okay warten 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 es ist es nur die eine kugel ich denke schon man darf auch nicht so springen ne das ist so zum kotzen oh cool noch besser noch besser ach du kacke okay okay gibt es gibt den pilz gut 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 okay warten 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 da drüber was 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 kann irgendwie einer ich weiß nicht wie viele es von meinen 54 leute irgendwie glotzen aber kann einer von euch irgendwie mal aufzählen wie viermal schon gestorben sind mit game over jeden einzelnen fail wäre nett wenn ich wenigstens bescheid weiß bestimmt schon fast hundert das kann es doch nicht sein aber ein wenigstens gut ich weiß nicht weil bei super mario pro steuvertreibe mit dem over geht geht einfach weiter ich glaube bei das beispiel nsmb wie zum beispiel oder so wenn man game over geht auch mal gleich alles von vorne machen oder mir gerade ist richtig sicher die zwei pilz häuser sind es sind wieder wie säthet ich hätte mit der einzelns holen und wir sehen uns wieder in der borg wieder bis gleich so hier bin ich wieder diesmal mit waschbäranzug so mal schauen ob es irgendwas bringt außer natürlich ja für ein paar sekunden der statue zu sehen ok am besten warten am besten warten mal schauen ob das jetzt mal schauen ob es vielleicht diesmal ein bisschen besser funktioniert ok warten 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 drüber 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 aufpassen 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 okay weg das ist hier kommt irgendwas zwischen ne ok dann weiter ja ok vorsicht 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 immer schon warten Ist besser als gleich wie so ein verrückter Übelst hier durchzuwaschen. Nein, das will ich nicht. Ich will den Waschbärbalken. Das will ich auch in Ruhe, Buhu. Okay. Renn, 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 renn. Okay. In die Röhre. Jetzt müssten wir, glaube ich, jetzt schon bei Bumbum sein. Okay. Okay, 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 okay. Und auch noch fliegen. Na wunderbar. Guter Treffer. Okay, wir haben es geschafft. Wow. Wow, wir haben zwei Level geschafft und eine Borg innerhalb ungefähr in 14 Minuten. Ja, ob das jetzt irgendwie okay ist oder nicht. Keine Ahnung. Wir machen einfach weiter. Mal schauen. Ist es calling? Nö, anscheinend nicht. Okay. Mal schauen. Nein, 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 nein. Ich will noch mein Waschbärnob anbauen. Den finde ich geiler. Und außerdem kommen Sie sich jetzt in eine Statue verwandeln. Ja. Okay. Bis jetzt ist alles noch friedlich. Oder auch nicht. Hey, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich hasse den, Lucky. Ich mag den einfach nicht. Weil der mir zu doof ist. Der wirft die Teile so, so genau, damit ich genau da reinfalle. Und sterbe. Leck mich. Nein, ich benutze den jetzt nicht nochmal. Hm. Ähm. Ja. Feuerblume. So, mal schauen. Sieht am Anfang noch so schön ruhig aus. Und dann danach. Ah, nee, warte mal. Da kommt noch eh ein Dings draußen, ne? Egal. 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 Und. Höh? Ich habe doch so gemacht. So, so hier. Hä? Was war das jetzt? Was war denn das? Egal. Es muss ja immer irgendwas passieren. Ähm. 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 Okay. Scheiße. Ja, gib mir. Egal. Egal. Gib mir. Ja, getötet. Lakito. Geil. Ja. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn das in Lakito. Okay. Ich habe es gesagt mit Lakito. Und es muss natürlich einer kommen. Natürlich. Ist klar, ne? Als ob da einer hier... Ne. Als ob da einer genau weiß. Genau zuhört, was ich sage. Und... Nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Och, ne? Das Calling Level von oben. Ne, unten von oben. Das ist ja noch schlimmer als links und rechts. Egal. Erstmal auf die ganzen Plattformen drauf. ist überhaupt nicht langweilig nö naja, egal bis jetzt kann man ja überleben äh wenn es nicht so schnell ist äh das also das Kohlenlevel ist ein bisschen schnell ein bisschen zu schnell irgendwie geh mir nicht auf den Sack, ey nein nein ich hasse es warte mal, waren im ähm wenn wir jetzt wieder zurückgehen, dann muss ich wieder in dieses Level da rein na geht er ja nee, egal oder geht einfach so nee, ist nämlich hier nämlich auch ein Pilzhaus aber ich werde wieder kurz cutten und wir sehen uns wieder beim Level wieder warum wir wieder so oft gestorben sind yeah bis gleich so, ich bin wieder zurück aber hab irgendwie ein Leben verloren weil bei dieser Burg da ja, ich war halt zu doof aber egal ich hab noch mal ich hab ein Waschbär bekommen also also das erste was wir bekommen haben ist noch drinnen so, ich hab halt nur ein weiteres halt nur dazu bekommen so, mal schauen ob vielleicht ob wir es diesmal überleben hoffentlich das gibt es 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 auf den Sack, ey hä äh, okay, dann war es halt ein Treffer, aber egal das war eigentlich kein Treffer okay oh was ist was schon okay wieder ein Stern null ey, cool, noch ein Stern und dann haben wir da ja, Abs haben wir normale fünf äh machen wir noch die Burg 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 ich weiß nicht ich bin mir grad nicht so sicher ach komm darauf geschissen machen wir es einfach na, diesmal ist es von mir ein anderer König aber warte in einen Vogel verwandelt das sieht schon fast ein bisschen aus wie Ho-Oh finde ich aber ich weiß nicht aber machen wir es einfach da 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 es ist immer so eine düstere Atmosphäre wow das ist auch fast Game Over okay ich glaub ich hab das Gefühl mal wieder dann halt nicht wäre schöner gewesen aber neuer haben wir halt Pech gehabt ist halt so das Leben ist halt nicht immer leicht okay aufpassen 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 ich dachte wäre jetzt die Hölle die Hölle beziehungsweise da wär nix mehr da wär nix mehr guuuu das ist noch was war äh okay oh ach du scheiß wow 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 okay jetzt sind wir noch gut mit dabei denk ich mal ich hab hier ist doch schon die Röhre vielleicht ist ist irgend so ein versteckter ne lieber nicht so wer ist diesmal in der Reihe das ist Dings hier wie heißt der Kunde nochmal okay es sieht gut aus es sieht gut aus glaub ich zumindest Hallo spring wieso bist du nicht gesprungen Hallo was soll das 30% okay ich muss das nämlich dann noch alles auch hochladen ach wenn mach ich halt halt einfach auf dem Computer wenn der Akku halt nicht ausreicht ist auch egal natürlich fortsetzen mein Gott so wie immer so der Spawn ich wollte Dings in mich holen ach wisst du was ich werde ich werde es einfach cutten bis gleich okay zweiter Versuch also dann noch diese scheiß Stammattacke deswegen habe ich es erstmal nicht geschafft ey ey das ist nicht euer Ernst ne ne Zeit ist erstmal vorbei wir werden es erstmal im nächsten Part versuchen weil wenn man sich weiter machen dann gehen wir mit der Game Over geht um im nächsten Part vielleicht sogar sowieso aber ist auch egal wir versuchen es einfach am nächsten Part dann würde ich sagen sehen wir uns bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Super Mario Prost 3 bis zum nächsten Mal euer Alisa 423001 ciao Leute machts gut ciao Leute dabei